Und damit willkommen zurück in Season 12, Krieg 7, der letzte Krieg im Urlaub. Naja, passt. Ja, ne, doch, der letzte Krieg im Urlaub, kann man so sagen. Und das war ein Albtraum für mich. Also der letzte Krieg, der war ja schon total furchtbar. Aber das war eine mittlere Katastrophe. Wir starten hier an den Bishop. Das Thema hatten wir im letzten Krieg schon. Der Bishop kriegt saumäßig viel Energie, eine seiner Grundfähigkeiten, wenn er denn mit Energieangriffen bombardiert wird. So, wie beim letzten Mal auch, wir holen uns die erste Superkraft und versuchen das bestmöglich zu umschiffen. Hier haben wir den Vorteil immerhin, wir können ihn parieren, die Betäubungszeit lässt nicht nach. Das heißt, ich kann locker fröhlich mein Ding vor mich hinspielen, auch wenn das jetzt hier ewig dauern wird. Das Timing passt mal mehr, mal weniger, hier mal weniger. Und wie wir sehen, naja, auf die Glocke gekriegt. Toll. Zweite Superkraft heilt gut wieder was weg. Prügeln jetzt einfach die Blutung drauf, aber der Kollege wirft halt einiges ab. Und klärt damit seine Debuts. Zweite Superkraft konnten umgehen und im ersten Segen kann ich den Kraftraub nutzen. Der Plan war eigentlich das Ganze nochmal zu machen, das hat aber nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja, gut, kann man nicht ändern. Ist halt so. Der Fehler hier, einfach draufhauen, statt erstmal die erste Superkraft zu holen. Was ein Stück weit klüger gewesen wäre. Denn der Kollege überlebt. Trotzdem glücklicherweise nur zwei Superkraftbalken voll. Kurz vor Ende nochmal zurückweichen, parieren, Rest drauf, Blutung hilft, Ding ist durch. Belastend, anstrengend, ja, aber doch trotz Fauxpas relativ gut über die Bühne gebracht. Nächster Gegner ist ein Red Hulk. Und hier muss ich mich dann leider Gottes mal wieder im Klassennachteil an dem Champion heranwagen, der, wenn man nicht aufpasst, reichlich Schaden austeilt. Gerade zum Ende des Kampfes kann das ganz schön böse sein. Wie ich ja auch schon ein oder andere Mal das Ganze unter Beweis gestellt habe, ne? Die erste Superkraft, wie ihr wisst, ist total leicht. Also holen wir sie uns. Und schlagen fröhlich drauf rum. Der Plan zu Beginn des Kampfes, äh, möglichst viel Blutungsschaden setzen. Um, äh, dann damit den Kampf ein gutes Stück zu beschleunigen. Ähm, aufgrund der ganzen Zeit, die jetzt vergangen ist und meiner Konfusion innerhalb der letzten Zeit, kann ich nicht sagen, ob ich es wirklich gemacht habe, ne? Also schauen wir uns das hier mal an. Die Superkräfte von Red Hulk kommen mal, mal gut, mal weniger gut. Hier ist jetzt mal eine zweite Superkraft mit Kraftraub. Das Ganze nochmal. Und bin damit quasi, ja, beinahe, äh, am, am Ursprung wieder angekommen. Dass ich hier nochmal eine zweite Superkraft setze, war weniger gekonnt, aber der Erschöpfungs-Debuff, der reduziert für eine gewisse Zeit zumindest den Schaden. Nur leider habe ich nichts von dem Debuff, weil ich damit beschäftigt bin, die erste Superkraft zu ziehen. Toll. Gut, äh, schlagen wir weiter drauf rum. Blutung ist immer noch nicht, Hälfte der Zeit ist um. Parieren suche ich wie immer vergebens. Langsam aber sicher werde ich echt genervt. Den Kollegen hier lassen wir dann nochmal die erste Superkraft rausholen. Schlagen ihn, Fenster, eine zweite Superkraft drauf. Schön Kraftraub. Regenerieren ist dann jetzt der Plan. Umgehen die Heavy. Schlagen ihn nochmal. Gleiches Spielchen wie vorhin. Kein Kraftraub mehr. Erschöpfungs-Debuff gesetzt. Diesmal klappt das allerdings sehr gut mit der ersten Superkraft. Und, äh, quasi Folgeheil gehen wir aus dem Kampf auch wieder raus. Also, es war etwas belastend, 90 Treffern, ja. Aber es, äh, hat funktioniert. Ja, Domino. Ihr habt's gesehen, ne? Das ist ein fieses Miststück hier auf diesem Knoten. Ein echt fieses Miststück. A, weil sie sich eh relativ schlecht parieren lässt. B, weil die Betäubungszeit nachlässt. Wenn man sie denn mal pariert kriegt. Und mit Symbiote macht das im Grunde genommen überhaupt keinen Spaß. Denn, äh, die dumme Sau kann ausweichen. Und wie, ne? Auch hier hat der Gegner wieder den, ähm... Heute früh und nah, ne? Sorry. Den Global Buff mit dem Ausweichen für größer S-Champion gesetzt. Was das Ganze hier für Domino zusätzlich anstrengend macht. Pech habe ich erstaunlich selten gekriegt. Glücklicherweise. Also ist Ausweichen relativ easy machbar. Hier in diesem Parry, parieren, Parry, habe ich gemerkt, okay, Betäubungszeit ist jetzt schon sehr, sehr, sehr kurz. Sie weicht verdammt oft aus. Es ist sehr, sehr belastend. Sie kommt nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich traue mich dann auch nicht wieder ranzugehen, ne? Jetzt hat's funktioniert. Und statt durchzuziehen, ne? Fünfer-Kombo, feige ich eine dritte Superkraft drauf. Ich folge Pfosten. Naja, gut. Was soll's. So, Domino und Blutrausch. Kann gut gehen, muss aber nicht. Sie kann den Schaden reduzieren, die Fähigkeit hat sie. Sie kann die Zeit verkürzen, die Zeit hat sie auch. Ich nur leider nicht mehr. Und ihr seht, das Ausweichen, das ist echt behindert an der einen oder anderen Stelle. Hier habe ich's dann, leider Gottes, versäumt. Auf die Glocke gekriegt. Zweite Superkraft ist ja ausgewichen. Das fand ich nicht nett. Und sie weicht aus, wie nix Gutes. Das ist ein bisschen belastend. Noch ist der Kampf aber machbar. So, wir weichen der ersten Superkraft aus. Rennen ins Intercept. Haben jetzt so gut wie nischt mehr auf Verfügung. Und jetzt muss ich's, weil Pech auf den Block nehmen. Und der Blockschaden haut mich dann raus. Ungünstig. Ausweichen hätte nicht funktioniert. Das hätte ich auf die Fresse gekriegt, weil Pech. Blockschaden zu hoch. Mist. Also, lass ich mir mal helfen. Und starte einige Zeit, eine ganze Zeit später, muss man sagen. Dann auf meinem regulären Weg weiter. Wir waren im Zoo. Rostock. Sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe die einzige Stelle in diesem scheiß Zoo gefunden, in dem ich kaum minimal Empfang hatte. War ein bisschen Gesuche. Ich habe gestanden. Das war sonnig. Um mich herum. Ein Arschvoll Wespen. Die natürlich in genau dieser Zeit der Meinung waren, dass ich besonders lecker bin. Also frisst Corbus hier schon mal. Superkräfte. Luftschläge helfen mir nicht. Fresse die nächste Superkraft. Das mit dem Ausweichen ist in der Tat äußerst stressig. Hier ist er zwei oder dreimal hintereinander ausgewichen, was mir dann auch wiederum das Genick gebrochen hat. K.O. Toll. An einem beschissenen Miles Morales. Wer Kills hier in diesem Abschnitt auf diesem Weg mitnimmt, ist selber schuld. So schwer ist es ja eigentlich auch gar nicht. Das heißt totale spielerische Inkompetenz meinerseits, die ich hier abgeliefert habe. Zu meiner Entschuldigung. Frau nörgelte an mir herum, warum ich denn das Handy im Zoo in der Hand habe. Das Kind nörgelte an der Situation rum, weil er irgendwas haben wollte, was er nicht kriegen sollte. Also damit war ich dann auch noch nebenbei beschäftigt. Und ich wollte fürs Team, weil schon relativ spät, dann doch die Aufgabe erfüllen. So, Miles war ich aus. Ich kriege auf die Fresse. Das Parieren im dritten Abschnitt der ersten Superkraft hat nicht funktioniert. Kriege also wieder auf die Fresse. Und die zweite Superkraft rettet dann den Kampf. Puh. So, ich wollte es schnell hinter mich bringen. Bisschen mehr Konzentration. Ist der Kampf hier eigentlich kein Thema. Oft genug habe ich bewiesen, dass auch mit so wenig TP, ich diesen Kampf ganz locker über die Bühne bringen kann. Jeder kann sich jetzt denken, was passiert. Parieren Heavy ist die Methode. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das kann ich im Stehen und im Laufen genauso gut. Hier hat es nur nicht funktioniert. Ich habe dann erstmal ums Backup gebeten. Und habe da den Anschluss meines Lebens gekriegt. Was mir denn einfällt, so ein Mist hier zu produzieren. Und etwas später, als ich dann einen besseren Empfang hatte, das Kind sich beruhigt hatte, meine Frau mit dem Kind zugegen war, am Eisbärgehege. Total toll. Habe ich dann Seren benutzt und habe dann durchgezogen. Es ist eine Sache, die ich auch nie wieder so abliefern möchte. Und ich wage zu behaupten, dass ich es auch nie wieder so abliefern werde. Ja, ist kein sehr schönes Aushängeschild. Aber auch schlechte Zeiten gehören dazu. Und wenn man so viele Niederlagen in der Season schon mitnimmt, warum soll man sich da auch selbst mal nicht anschließen? Das ist eine blöde Ausrede. Und meine ich auch nicht so, wie ich es gesagt habe. So. Zurück zum Kampf als solches. Erste Superkraft kann ich zwar ausweichen, aber wie ihr gesehen habt, dann doch nicht. Zweite Superkraft ist die alte ausgewichen. Das fand ich besonders nett. Ändert aber nichts an der Sache, dass ich den Kampf noch irgendwie über die Bühne kriegen muss. Also, jetzt versuchen wir die zweite Superkraft zu ziehen. Das gelingt nur mäßig. Jetzt hat es funktioniert. Na, endlich. Block schadenmäßig. Das hielt sich in Grenzen. Und mit Parry Heavy bin ich dann doch jetzt halbwegs im Flow drin, möchte ich behaupten. Nochmal zweite Superkraft. Die hat dann auch gekrittet und getroffen. Und dann war gut. Das war wahrscheinlich die schwerste Geburt, die ich im Krieg irgendwie jemals hinter mich bringen musste. Unterwegs. Ja, also nicht irgendwie am Boss rumkräpeln oder so ein Dreck. Nein, unterwegs. So, Vollheil. Iceman. Frostschaden. Das tickt ganz gut. Das ist, wenn man den CP-Balken beobachtet, das sind 510 Schaden pro Tick. Also 1020 pro Sekunde. Und das läuft halt eine ganze Weile. Und ich war fast voll. Und nach Ablauf habe ich ein bisschen mehr als die Hälfte noch. Alles nicht so toll. Vorteil. Hier war es mal gut, dass Cap erweckt ist. Denn mit Cosmo im Team gibt Cap einen Rüstungsbruch. Und beim Rüstungsbruch verliert Iceman automatisch seine Eisrüstung. Und kann sie halt nicht abschütteln, um dadurch eine Betäubung loszuwerden. Total tolle Sache. Die zweite Superkraft, ihr habt es gesehen, hat es beendet. Hervorragend. Das stimmt wieder wie gewohnt und durchaus okay. Venom the Duck. Als Defender finde ich den jetzt nicht besonders anspruchsvoll, wenn ich ehrlich sein soll. Habe hier Seren genutzt, um Symbiote entsprechend zu heilen, um mögliche Buffs auszulöschen. Um die Fähigkeit von Symbiote als solches besser zum Tragen zu bringen. Auch wenn der Gegner hier Debuff immun ist, ich also keinen Blutungsschaden setzen kann, sollte das trotzdem relativ gut funktionieren. Seine Erwecktefähigkeit ist nice to have. Wenn man sie hat, ist es schön, weil sein Timer, der schwarze Timer, der oben rechts läuft, halt schneller läuft. Nein, schneller läuft er nicht. Er startet halt den Beginn des Kampfes mit einer gewissen Anzahl. Er läuft halt nicht bei Null. Wie ihr seht, die erste Superkraft von ihm ist sehr, sehr leicht zu holen. Das ist nicht weiter schwierig. Und das Auslöschen, das klappt eigentlich erstaunlich gut. Auch wenn das jetzt nicht das Nonplusultra ist. Aber es hilft halt, ne? Gut eine Minute ist um. Zwei Drittel vom Gegner sind weg. Und wir schlagen uns im Prinzip genauso durch, wie es soll. Wir passen es möglichst mit der ersten Superkraft so ab. Das war das Auslöschen. Wir haben mal ein bisschen auf die Fasse gekriegt gerade eben. Nicht so toll, aber... Ist jetzt auch nicht weiter weh. Den Kampf bringe ich über die Bühne, wie ihr seht. Und dann ist gut. Ende Peng. Puh. So. Handy wieder einstecken. Klariert. Und das entsprechend auch gemeldet. Und dann ging es los. Weiter Zoo-Besuch. Danach nach Hause fahren. Sehr, sehr spät. Das Kind war dementsprechend, naja. Den Krieg, wie ihr seht, haben wir verloren. Ein Boss ist stehen geblieben. Der Angriffsbonus diesmal besser als die letzten Male. Aber bei weitem noch nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Als VIPs, wie immer, Soda La Roa, König Leonidas und Sef 3. Vielen Dank an euch. Und naja. Die Katastrophe in Season 12 setzt sich fort. Guckt euch an, wie der nächste Krieg läuft. Kommt gleich im Anschluss. Bis dahin. Macht's gut, Freunde. Danke für euer Dabei-Sein. B anti-MOgo. Vielen Dank.